So, wir machen weiter mit dem Wuhan Game. Ich kann den Gamenamen immer noch nicht aussprechen, aber ich glaube, das kriege ich auch nie hin. Ich nenne es einfach Wuhan Game. Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall weiter und wir reden mit Chica. Vielleicht haben wir noch eine Pinkelpause eingelegt und kurz eine Banane gefuttert. Nö. Warum so traurig? Was sollten wir als nächstes tun? Ich denke nicht, dass es viel für mich zu tun gibt. Du hast die Token gezeigt. Wir nehmen die schwarze Frucht. Dann nehmen wir die schwarze Frucht. Wir nehmen die Schwarzschule. Wir haben sie mit einer Schwarzschule. Ich habe das Schwarzschule gesehen. Aber nur die Schwarzschule sehen. Es ist gar nicht so, nicht so. Es ist eine Schwarzschule. Es ist sehr ein Schwarzschule. Dann nehmen wir das kleine Gerät. Sieht aus wie so eine Art Kompass. Oder eine Sonnenuhr. Sieht aus wie so eine Art Kompass. Denkarbeit und zum Schluss das Blatt. Ah, tue nichts. Sieht aus wie so eine Art Kompass. Sieht aus wie so eine Art Kompass. Sagt mir nichts ehrlich gesagt. Dann lass uns mal nachfragen. Kennst du diese Zuckerkugel hier? Ähm, danke. Neuer Gegenstand. Okay. 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 Oh, siehst du die Plattformen? Ja. Sieht aus wie so eine Art Kompass. Sieht aus wie so eine Art Kompass. Okay. Sollen wir jetzt da rüberfliegen oder wie? Huch. Ah, das ist immer nice. Was? Wie bei, äh, Sumeruk quasi. Aber eigentlich waren wir... Also... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich wollte jetzt gerade da weiter segeln, aber auch gut. Uh, das sieht ja mal interessant aus. Ein Pilzbaum. Okay. Ich lasse die mal aufs... sprechen. Genau. Entschuldigung. Wir sind hier wegen Basit. Das war's. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Nein, nein, nein. Das ist nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich bin in der Datenbankerung. Ich bin hier in der Datenbankerung. Ich bin sehr gut. Ich bin der Anzeige für Maltofi. Ich bin der Neu-Union aus. Ich bin ein paar Jahre altes Arzt. Ich bin ein ganzes Arzt. Ich bin ein Arzt. Vielleicht wird ja Barsi dann unsere Nummer 4. Ich habe jetzt keinen Bock weiter zu warten. Du hast Barsi die Kanten gezeigt und als... Da habe ich jetzt ein bisschen zu lange gestottert. Klingt simpel und klar. Wir können sie auch nach den anderen Token fragen. Kurz darauf kehrte Barsi mit Mörtefee zurück. Die beiden Kanten gut zueinander passen. Ähm... Verstärkung. Verstärkung. Ok, äh, überprüfen. Dann lass uns mal anfangen. Äh, leider kann ich das nicht. Welche Auswirkungen wird das auf mich haben? Klingt, als hätte ich ein kleines Universum in mir. Wie ist das? Ja. Ja. Kommt, diese Regeln, eine Femstik-Fend? Ah, guck hier, Basit. Ist also doch kein Fünf-Sterne-Kalaktor. Ich will mal kurz gucken, was er als Waffe hat. So ein Katalysator, wie es aussieht. Oh, mit Angriff. Da sehen wir ja die Werte. Sehe ich ja jetzt irrscht. Ah, und da ist Critrate und Crit-Schaden. Was habe ich so? Den Standort in dem Fall, okay. Ich habe ein bisschen mehr Angriff. Also, wann habe ich den Wolf? Ich habe ein bisschen mehr Angriff. Das war's für mich. ich halte sie sich selber jetzt haben wir uns getrennt und sind jetzt in einem loop gefangen oder sicher jetzt geil boss fight ja doch nicht aber vielleicht zukünftiger boss fight du hast yang yang und bei sie davon erzählt was du gesehen hast würde ich jetzt mal vermuten ein riesiger dissonanz mit einer sense genau nehmen wir das das ist es ist es ist es ist es ist Das war die erste Ausgabe von SONORA-SONORA-Konferenz, der erste Begründung zu erzeugen. Die SONORA-SONORA kann man sich komplett auf dem Schleif, der man sich selbst verletzt und der Schleif. Die SONORA-Konferenz hat den SONORA-Konferenz und der Koffer-SONORA-Konferenz. Okay. すぐに結論を出すことは不可能ね ソノラの動作確認は改めて行うわ とにかく身体検査だけ見ればあなたは健康そのもの 全項目の指標が規定値を満たしていた でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡して いい? danke das werde ich tun zusammenrufen geil jetzt können wir endlich warps einsetzen Da ist eine Niko und da ist ein Niko-Boy Uh, die sehen ja geil aus Sind das die Standard-Waffen? Ah, sind das die Charakter, die ich auswählen kann? Yangxing Aero Ok Wen haben wir hier? Elektro Keine Ahnung, wie ich den verschieben kann Warte, wie war das gerade männlich? Neue Föderation Ok Das ist so ein kleines Mädchen, wie es aussieht Den nehme ich auf keinen Fall Dann haben wir hier Weißkatze In männlich Und das ist wahrscheinlich die Schwester Warum hat sie so niedliches Aussehen? Und dann hier so eine Voodoo Puppe Ok, das sind die Das ist das Event Panor in dem Fall Für den haben wir 20 Fische übrig Und das sind die Standard-Berner Dann haben wir Und das ist das Das ist das Das ist das Und das ist das Das ist das Das ist das Das ist das durchführen. Oh, okay. Oh, da haben wir ja schon legendären. Uh. Okay. Kann ich hier dann geben? Wer ist das jetzt? Und wo ist jetzt der Standard-Dinger hin? Der Standard-Banner. Also ich würde so oder so jedenfalls die hier nehmen. Hier haben wir mein Ding. Ich bin. Hm. Und dann setzen wir gleich mal die restlichen 10er da noch mit rein. Wäre nice, so ein episches Schwert noch dazu zu kriegen oder so ein legendäres, besser gesagt. Ach, das ist so ein Pfeil, wo abgeschossen wird, kann das sein? Ah, guck da, episches Schwert. Hier haben wir den Job. Okay, wenn man, ähm, man kann sogar so einen legendären Charakter sich freischalten. Das ist ja nice. Was ist denn das? Das ist dieses Monatsgehalt. Aber, ah, hier. Also die goldenen würde ich noch aufsparen. Für einen, äh, anderen Charakter. Weil, äh, der hier, weiß nicht. Vielleicht bei einem Probelauf, wenn man das machen kann. Der gefällt mir jetzt nicht so, der Drachentyp. Vielleicht kann man ja irgendwo einen Probelauf machen. Das Schwert jedoch sieht nice aus. Keine Frage. Zeigt das da echt an, ähm, wie viel man, ähm, noch verschwimmt. Oh, da ist Xing. Also jetzt habe ich hier 29 von dem Gold-Typi. Ja, und jetzt fehlen mir das noch 50. Dann habe ich hier wieder eine weitere Person. Ah, shit. Ich hätte auch hier dieses, egal. Sieht man da eigentlich überhaupt, wo die Tagesanzahl steht? Wie viele Tage das noch im Banner ist? Hier, 10 Tage. Und das bleibt wohl, ähm, Standard gemäß. Das ist gut. Gut. so gleich mal auf sprachen und hier bei ihr gleich mal den stern aufwerten und natürlich die waffe ersetzen das sieht ja nice aus die epischen waffen lasse ich mal außen vor so und dann hat sie schon ihre erste waffe auf stufe 20 kommst du dran bei dir mache ich dasselbe bei ihr lasse ich es mal noch dran oh shit die hat gar keine schwert als waffe aber dann gebe ich ihm er hat ein zweihänder der doch piste ich dachte jetzt echt die hätte schwert als waffe und keine so nunchakus aber gut dann geht das zweite epische schwert eben an sie hier so So, nichtsdestotrotz wird die dann aber hochgestuft mit Stufenaufstieg. Und ihn dann auch gleich. Ach, können wir nur drei im Team haben, oder wie? Ich habe doch auf sie gewählt, eigentlich. Ich bleibe aber noch beim Standard-Team, bis ich die Waffen für meine legendären Chars auf episch hochgestuft habe. So, erkundigen. Scheet. Dafür braucht man was extra, das ist ja gemein. Okay. Äh, wie sagt denn die Uhrzeit? 33 Minuten. Dann mache ich in der nächsten Folge weiter. Dann, ähm, wieder Tschaskowski. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Bye-bye. Und Tschaui. oa.